Musik So, willkommen zu einem neuen Minecraft-Projekt. Und zwar hatte ich mir mal vorgenommen, alle Errungenschaften zu erreichen. Ich hatte schon mal hier einen Test gemacht. Das kann ich eigentlich mal löschen. Ja, löschen. Jo. Und dazu erstmal neue Welt erschaffen. So, Name der Welt. Errungenschaften. Errungenschaften. So. Spielmodus überleben. Ne, Hardcore nicht kreativ überleben. Weitere Weltoptionen. Übrigens, wie man eben auch unten links gesehen hat, das ist jetzt Version 1.7.9. Gerade immer schnell runtergeladen. Ist ja nichts großartig neu gekommen. 1.8, das dauert noch ein paar Tage. Eigentlich soll es schon am 20.05. raus sein. Jetzt heute haben wir einen 26.05., wo ich aufnehme. Aber dem ist nicht so und das ist eigentlich auch ganz gut so. Ich habe jetzt auch nur Optifine drauf und Too Many Items, falls mal irgendwas sein sollte. So, auf jeden Fall Welttyp. Große Biome. Zerkluftet. Standard. Schieds erlauben. Ich weiß noch nicht, ob ich das anmache, dass ich das Inventar behalte, falls ich sterben sollte. So, Bonusruhe auf jeden Fall an. Startwert. Ähm. Jetzt so passend zur Musik. Ja, ja, na, sistas. Einfach mal so, so fertig. Das habe ich alles neue Welt erstellen. Welt wird geladen, Landschaft wird generiert. Gucken, wie lange es diesmal dauert. Oh. Oh. Ja, sehr schön. So, erstmal gucken, was wir jetzt hier schön in der Kiste drin haben. Akazienholz kann man mal gebrauchen. Holzachs kann man auch gebrauchen. Stadt. Oh, sogar schon noch Stein. Uiuiui. Und ein Stock. Gleich mal mitnehmen hier das Ding. So. Ich muss hier zum Beispiel schnell was umstellen. Ähm, bei der Steuerung. Ich habe nämlich immer... La 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 la. Inventar auf F. Das hat er sogar behalten lassen. Das ist ja schön. Weil schon lange kann Minecraft mehr gespielt. Was gibt es denn hier eigentlich eigentlich? Ein Schnellzugriff. Das ist ja da. Die Leiste mal hier unten. Mehrspieler. Ich bin alleine. Spielmechanik. Sprinten auf Y. Ja, das hatte ich gemacht wegen Dings. Stream tue ich noch nicht. Dazu reicht das Internet überhaupt nicht aus. So, funktioniert das? Ja, auch die Fallen funktionieren. Das ist schön. So, übrigens hier Erfolge. Ist ja noch ganz leer. Inventur. Drücke auf den Inventar zu öffnen. Erfolg. Erzielt. So, warte mal. Das ist jetzt erstmal weg hier. Das ist schön. So, was haben wir als nächstes? Dreimal auf Holz geklopft. Jedenfalls haben wir hier auch gleich mal einen Bauwerk zu einer kleinen Insel. Das ist schlechter. Konnte man es ja auch nicht. So, drei Mal auf Holz geklopft. Ich baue den nochmal ganz ab. Und wahrscheinlich kommt als nächstes, sag ich da. So, Erfolge. Handwerk. Stell dir eine Werkband auf vier Holzbrettern her. Jo. So, nehmen wir mal das hier. So, da haben wir auch schon Setzling. Sehe ich gerade. Als nächstes. So, ein bisschen Werkzeug herstellen. Zu den Waffen. Also ein Schwert. Holzspitzhacke. Und... Feldhacke. Sollte man eigentlich noch hinkriegen. So, schwupp. Bob. So, eine Hacke. Ja, man muss auch mal richtig klicken. Schwupps. Und, 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 und. So eine auch. Genau so eine auch. Und eine so eine. Das kommt weg. So. Zu den Waffen. Zu den Waffen weggeschmissen. Dass ich mal da auf Option klicken will. So, da können wir das Brot machen. Und die Lüge. Ja, okay, das... Zu Anfang so ein bisschen, das geht ja recht fix. Aber halt da noch nicht alles. Das muss ich noch machen. Und einen Ofen. Na gut. Dann ziehe ich jetzt erstmal los, ne? Da hat mir nichts anderes übrig. Steine habe ich ja noch nicht. Ja, hier ist ja wirklich gar nichts. Hier fack ich nämlich noch mit. Drei. Ja, so. Da kommt ja hier nochmal ein Apfel raus oder so. Dass man mal ein bisschen was zu schnappulieren hat. Gucken wir mal, dass die Musik nicht zu laut ist. Können wir hier noch ein bisschen leiser machen? Ein Mischpult, so. So, hier haben wir noch drei Bäume, nehme ich auch mal mit. Und der Pralle. Eigentlich auch noch so ein bisschen hier, das in einem Mod gewohnt, hier. Bäume schnell abbauen. Was es gar nicht mehr wieder heißt, ne? So, ab, 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 ab. Der Baum noch. So, da kannst du auch herdecayen. Gleich auch noch mal gucken, ob ich da was aus dem Gras so ein paar Samen rauskriege. Ja, alle anfangen schwer. Soll ich da jetzt auch zusammen mit Birkensätzen legen? Da ist nichts, nichts. Ein, zwei. So, nehmen wir mal hier die Insel richtig auseinander. Hier noch ein Stück. Seiten sind auch noch zwei Bäume. Diese scheiß Holzachse hier. Braucht halt so lange, als wenn man mit der Hand abbaut. So, Sprint, Sprint, Sprint. Was haben wir da drüben? Noch eine kleine Insel, ne? Oder ist da ein bisschen mehr? Ist da ein bisschen mehr? Ne, nicht wirklich. Na, Pralle. Also darf ich mir gleich erstmal ein Boot bauen. Gibt bestimmt auch eine Errungenschaft. Dann erstmal eine Runde Schiff fahren. Und hin auch immer. Hier kommt es auch mal mit. Gleich ein Sitzling noch mit. Hier kann man ja gar nichts machen. Keine Tiere, kein gar nichts. Perfekte Voraussetzung für einen Start in Minecraft. Das einzige, was ich machen kann, ist da unten buddeln. In der Höhle. Aber erstmal, ob ich da eine Höhle finde, ist die zweite Frage. So. Ein Apfel wäre wirklich nett. Aber wahrscheinlich zu viel verlangt. So, Ritter, Werkband. Aber Sitzlinge gibt es ja hier reichlich. Das war schon mal gar nicht so verkehrt. Und verkehrt. So, nix. Hier ist noch ein Sitzling. Ein Apfel. Wow. Klopp, klopp. Rambo. So, Texture Pack habe ich hier. Was soll das denn jetzt hier? Die 25 Frames brauchst du aber nicht aufnehmen. Das ist nicht nötig. Ähm. Texture Pack ist immer noch das von der Sommer. 1.6. Da, wie gesagt, keine neuen Items dazugekommen sind. Was soll ich da auch großartig updaten? Und das ist eigentlich ein klasse Picture Pack, beziehungsweise Ressource Pack heißt es, ja. Und dann habe ich noch eins, ähm, für die alten Sounds drin. Jedenfalls ein Teil von den alten Sounds, nicht alle. Zum Beispiel, wenn ich runterfliege, hätte ich ja eigentlich fast schon gezeigt, jetzt, ne? Heutzutage ist das so ein komisches Knacken. So, da ist noch ein Apfel, sehe ich gerade. Sehr schön, sehr schön. Kann ich einen Apfelbaum bauen? So, dann würde ich mal sagen, hier ist aber weit und weit gar nichts, ey. So. Ich muss alles verplempern. Äh, zwei Boote sollten reichen. Nein. Na. Na. Komm. So. So nicht. So. Sind da Standardtexturen dafür? Ja, das sieht doch komisch aus. Ich habe auch selten mal ein Boot gebaut. So, welche Richtung will ich denn fahren? Drücke links, Shift zum Verlassen. So, das Spannendste, was überhaupt gibt, da hinten ist eine Insel. Und natürlich deckt es jetzt ein bisschen, weil es blendern muss ohne Ende. Da sind schon ein paar mehr Bäume. Aber es ist auch nicht wirklich groß. Ich würde mal sagen, Level 2 von den Gianna Sisters, wach? So, was läuft denn da rum? Achso, das sind Blumen. Wow, 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 wow. Nicht kaputt machen das Boot. Brauchst nicht drehen. Geh kaputt, geh kaputt, geh kaputt. Ist jetzt kaputt, liegt am Bund, wach? Soll doch normal oben schwimmen. Ach, naja, hier gibt es genug Holz. Aber, also wirklich groß ist es auch nicht. Ein Mini-Zombie, höre ich gerade. Das ist zu mir, lass ich wäre auch keine großen Bauten machen und sowas. Ich wäre wirklich nur... Achtung! Ich will ja eigentlich nur alle Errungenschaften erzielen. Aber so ein paar Sachen brauchen wir da halt doch. So, das... So, ich werde ungefähr immer 20 Minuten Folgen machen. Und bis jetzt immer noch kein Video raus, wo ich mein... Äh, Intro drinne hab. Hab jetzt zu jedem Spiel... Wahrscheinlich jetzt, wo das rauskommt hier oder auch nicht. Ich weiß es noch gar nicht. Je nachdem, wann es hochgeladen wird. Aber hier mein eigenes Intro mit Musik und so... So ist keine Anfang-Kriege, das ist gar nicht mehr so verkehrt. So, wie viel hab ich denn jetzt? Acht. Ob ich hier auch ein paar rauskriege, wo hab ich die Feldhacke, Holzhacke, Holzspitzhacke, so. Das ist immer der Vorteil hier, so am... Hallo? Achso. Oh, kann ich nicht. Achso. So, Holzhacke hoch, Weizen runter. Wie heißt das jetzt? Weizenkörner? Das stimmt, da hat sich auch ein bisschen was verändert. So, das ist natürlich jetzt richtig pralle, dass die Sonne untergeht. So, einen noch. Eines, einen, soll ich da mit Fensterscheibe machen? So, ihr könnt wachsen, ich schwarb die mir mal schnell mit Ruhe. Wie eine Werkbank. So, das war sicher hier nochmal schnell das Holz. Das brauche ich, das brauche ich nicht. Kann das Boot noch mit rein, das kann mit rein, Sand kann mit rein. Das nehme ich mit. So, ihr bleibt noch alle... Da ist eine Kuh, da könnte ich mir Leder holen, das mache ich aber später. So, ich glaube noch mal ein bisschen Holz mitmachen. Eine Schaufel brauche ich, oder am besten gleich zwei. Holzhacke habe ich, und die ich putze mich gleich da runter. Aus dem Apfelkopf. In die Luft gesprengt, das fängt ja schon gut an. Wiederbeleben. So, war das jetzt hier richten wir, ne? Na super, fängt sehr gut an, sehr, sehr schön. Ich bin nur gleich ein Creeper, ey. Oh. Ich liebe sowas. Ich wünsche ein Moon Patrol im Hintergrund, ich weiß nicht, ob es zu laut oder zu leise ist. Ich muss hier auf jeden Fall das Mischpult schon richtig leise machen, die Lautstärke. Und mein Player ist auch nicht gerade hochgedreht, aber es sieht gut aus, ne? Da sind die beiden Blumen. Da gehen die Sterne auf. Ja, mit dem Boot ging es natürlich schneller, aber ich muss ja das ganze Holz abbauen. Die, 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 und ich glaube, gleich, wenn ich da bin, ist doch schon bald die erste Folge zu Ende. Sehr viel geschafft, eigentlich gar nicht so verkehrt, aber wie betone ich denn das jetzt immer verkehrt? So, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge geht es dann runter. Die Höhle, ein paar Steine abbauen und ein paar Erze, dass ich auch mal eine Rüstung kriege und so. Einigermaßen Werkzeug herstellen, vielleicht sogar schon mal aus Eisen. Und, jo. Beschneiden, es ist da ein Creeper und noch ein Zombie sehe ich gerade. Und der hat meine Schaufel, spinnt drei Creepers, aber die ist einfach ganz gut. So, und noch einer, Spawn, ja, ich gehe es mir zu gut. Schau euch mit dabei. Alter, was ist denn hier los? Alter, nee, warte mal, ich muss mal auf die Stellen. Das ist mir einfach noch zu, zu schwer. Macht das so noch keinen Sinn. Wer ist gleich wieder tot? Und wo ist denn da ist? So, hier sind die ganzen Sachen. Wenn ich jedenfalls schon Bett hätte, ne? Das wäre ja was anderes. Brauche ich ja jedenfalls auch die Weizen hin. Da ist noch mal eine Schaufel. Inventar muss ich noch sortieren. So, Holzschaufel, Erde. Kann auch nicht. Da ist der Apfel. Holzschaufel. Eine Schaufel muss erst mal hoch. Sollte ich das so machen? Ich glaube, so wollte ich das immer. Schmeiße ich hier nochmal alles rein, was ich jetzt gerade nicht brauche. Wie die Blumen und die Hacke brauche ich ja auch nicht. Man nimmt auch das Richtige, ne? So, Apfel. Die Holzhacke brauche ich nicht. Das nehme ich mit. Das kommt man immer gebrauchen, falls man doch mal in eine richtige Höhle kommt. Und, ja, ne? So, auf jeden Fall. Das war die erste Folge von den Errungenschaften. Wischen habe ich ja schon hingekriegt. Brot kommt dann noch. Das kommt später. Das könnt ihr eigentlich auch noch machen. Was habe ich hier nachzuponiert mit nötig Kruschubser. Ja, okay. Achso, da brauche ich dann Weizen. Wenn Schweine fliegen mit nötig Kruschubser. So, hier kann ich ja einen Bogen herstellen. Ja. Rufen kommt dann als nächstes. Okay, würde ich mal sagen. Das war es erst mal. Und ich sage dann bis zur nächsten Folge. Das war's. Ja.